Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Mode Guru 2014 mit Freddy dem King. Ahoy. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass meine Beinschienen ja perfekt modisch zu seiner Rüstung und seinen Armschienen passen. Ja, und natürlich auch zu meinen Augen, also dann wird mein Lidschatten auch betont. Ja, und ich würde sagen, deine Haare, nimm mal den Helm ab. Sie passen auch sehr gut zu deiner wallenden Frisur, also ich finde das sehr sexy. Okay, wir haben uns auch mal so angeguckt und unsere Stats sind ziemlich gut sogar. Eigentlich schon. Wenn nicht, wird uns das jetzt jemand sagen. Ja, sogar den kennen wir wahrscheinlich, beziehungsweise Jan kennt ihn. Ich kenn den. Du wirst ja alles, was du kommentiert und auch nur bei ihm. Hallo, Grüße und so. Ja, und jetzt nimm die Quest. Ich nimm die Quest, weil du immer noch keine annehmen darfst. So, wir müssen jetzt eine Dorfquelle entseuchen. Ich hab keine Quest bekommen. Ich schon. Komm, das ist auch nur eine Nebenaufgabe. Ähm, wir sind Seuchenschutzbeauftragte. Ich hab keine Quest bekommen. Ihr kommt späten. Ich habe keine Quest bekommen. Ist ja egal. Ich hab's ja bekommen. Ja, aber ich nicht. Darf ich... Muss ich jetzt auch noch mit ihm reden? Weiß ich nicht. Red mal mit ihm. Nee, du machst die Quest kaputt, dann bist du sowas von tot. Ach, hei. Ich mach dich kalt. Was sagt er? Jetzt hab ich sie bekommen. Geil. Gut, ähm... Auf jeden Fall. 400... 400... Der hat 4 mehr Rüstung. Ich weiß. Aber halt weniger, ähm... Ich hab grad auch 4 Rüstung verschmäht für Gold. Mit dir ist es gleich mal viel einfacher, Alter. Ich hab grad übrigens auch, äh, 2 Parts nochmal Singleplayer aufgenommen, in denen ich genau bis hierhin gekommen sind, nur sind wir 2 Parts voraus ungefähr. Moment, ich muss meine Skills noch aktivieren. Wir sind ungefähr 2 Parts schneller. Ich auch. Wie sind Spastis. Wir sind 2 Parts schneller als ich im Single und jetzt kommt hier gleich eine nette Dame. Eine Hure. Wie die noch? Ja, die haben noch Schwerter, oder? Ja. Aber die sind... Rostige Scheiße. Ja, genau, kaputt. Ich will mir den zweiten Hund beschwören, so. Ich mach nochmal kurz die Map ein bisschen größer. Ach, die war schon gut. Ich rede jetzt mit dir. Pssst, komm mal her. Stell dich mal neben sie. Klar, jetzt läuft sie zu dir, Asi. Und sie guckt dich an. Jo, gut. Ich muss auch mit ihr reden. Ich hab keine Quest gekriegt. Ich hab... Meine wurde aktualisiert jetzt. Meine noch nicht. Ich guck gleich mal nach. Vielleicht hab ich's auch einfach nur übersehen. Warte mal. Quests. Sprechen sie mit Leon... Nein. Nebenaufgaben. Eine vergiftete Quelle. Diese Aufgabe kann nicht in... diesem Mehrspieler-Spiel abgeschlossen werden. Jetzt hast du's kaputt, Mann. Ich muss jetzt mit den ganzen Leuten reden. Frag mich nur, warum. Ich weiß auch noch. Spiel ist ein bisschen buggy. Wo müssen wir hin? Ähm, in die Höhle da. Aber lass uns erst mich hartes erkunden. So, und im normalen LP bin ich da grad gestorben. Der Part ist ja schon länger oben. Mhm. Der kommt hier erst in... zwei Wochen. Ja, der müsste dann schon eine Woche oben sein. Also heute ist der 2. Februar und der kommt dann am... Ich kann's dir ziemlich genau sagen. Ich hab's ja aufgeschrieben. Wir haben ja eben Part 7 gemacht. 8. Oder Part 8 sag ich schon. Part 8 kommt am 12.12... Äh, am 12.02. Und wir machen grad Part 6. Der kommt am 15.02. Was lag bei mir übertrieben ist? Bei mir nicht. Kannst du jetzt eigentlich mit der Schnäpfe noch reden? Äh, ich hab gerade mit ihr geredet. Ich hab einfach die Quest nicht. So. Soll ich jetzt mal... Äh, soll ich mal mit den Leuten jetzt reden? Ich geh nochmal... Nee, du hast die Quest doch. Ich hab ein paar Tage mal voll. Ich wollte Questlog öffnen auf... Äh... Äh... L. Wie bei jedem Spiel. Äh... Punktebundes Gesundheit. Komme ich. Okay, ich krieg's ja nicht. Ist ja doof. Aber mit deinem hast du auch schon geredet. Ja, genau. Ich hab mit beiden schon geredet. Dann machst du jetzt einfach die Quests. Bevor ich sie ganz kaputt mache. Aua, okay. Aber dann kriegst du die Dings gar nicht, oder? Die EP doch. Müsste ich kriegen. Weiß nicht, ich warte mal auf mich. Ich steh gerade beim Höhleneingang. Ja, ich bin gleich hinter dir. Hat sich noch ein goldes Ausrufezeichen? Nein. Ein graues oder gar keins? Ein graues. Und der Typ bei mir auch. Ja, Hauptsache, ich laufe nicht weiter. Ja, bei mir war's halt so, dass die Leute immer noch goldene Ausrufezeichen gehabt haben. Nee, ich hab ja mit beiden geredet. Und es hat sich auch so angehört, als ob ich die Quest hätte. Keine Ahnung. Vielleicht hast du mit den Leuten geredet und dadurch ist die Quest kaputt gegangen für mich. Ja, aber ich hab die erste Quest ja gar nicht, also ich hab die Quest gar nicht bekommen. Ja, ich versteh's auch nicht ganz. Ich mach übrigens nachher mal einen direkten Vergleich zu unseren Charakteren. Ich will dann halt sehen, wie gut ich im Singleplayer halt equipped bin. Ich glaub besser. Sorry. Ja, hier im Multiplayer klau ich dir auch alles. Aber ich glaub, ich bin noch besser. Nee, ich hab ja mehr Rüstung als du. Trotzdem klau ich dir alles. Fast gestorben. Ich hör's hier spinnen. Ich hab grad auch gespinnen. Ich hab ein Gift sagt bekommen. Nice. Wo wir nicht zusammen oben laufen? Ich bin halt hier oben hingegangen. Ich dachte, du folgst mir, weil du auch eben hinter mir warst. Nee, ich bin nach rechts gegangen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich hab ähm... Ach scheiße, wir müssen ja noch unsere zweite Fähigkeit skillen. Ja. Also du. Ich hab ja meinen schon lange. Du hast die schon gemacht. Okay. Ich war doch schon vor Part Ende. Moment mal. Stimmt. Weil ich mach gleich noch schnell, ähm, Traum. Weil das Todes-OP ist. Es ist nicht übelst-OP. Todes-OP ist das. Kreaturen sind Todes-OP. Einfach alles mit dem, was man kriegt und dann können wir später angucken. Ja, genau. Ähm. Hab ne heiße Beinschienen gekriegt und... Ich hab ne Rüstung ge... Alter, die ist gut. Willst du meine alte Rüstung haben? Wie viel? Äh, 24. Die passt dann, die passt dann zu deiner. Und die hat dann noch, äh, sechs auf irgendwas verteidigt. Die Arme... Ich glaub, ich hab grad die Beinschienen gewechselt. Ne, hab ich nicht. Oh, ich bin jetzt so... Total so... Äh... Alles gleich. Weißt du. So voll hübsch. Ich hab die Beinschienen grad gewechselt. Ich hab doch gar nix in... Denksgesgeld in Kriegsführung. Ich hab alle Punkte in Gaunerei bisher. Also ich hab einen Punkt erst in euer, äh, Dings gepackt. Oder hab mir automatisch? Ne, den hast du reingepackt. Achsoi. Was ist ein bisschen assi für ihn da auch? Was? Dass man einen reinpacken muss. Dass man den nicht automatisch hat. Ja. Also dass er einen nichts kostet. Ja, das weil... Ich meine, dann bringt einem die Fähigkeit ja am Anfang gar nix, weil... Ja, genau. Man kann ja nix, gell, man muss ja dann... Energiebetragung. Brauch ich ja nicht so viele. Ja, stimmt, ich brauch die ja. Ich hab fünf Stück. Ah, hier sind die. Todesspinne. Ja, ich lag, ich lag. Okay, okay, okay. Ich bin gleich tot. Die, die haben auch einen Skill, den ich hab später. Diese Giftfass... Ich bin tot. Okay, ich bin nicht tot, ich bin nicht tot. Ich kann die nicht weg, ich kann die nicht weg. Was haben die denn? Ähm, diesen Gift, äh, diese Gift, ähm, dieses Giftglas da. Achso. Äh, die verlieren übrigens arachnoide Klamotten. Hab ich alle. Die mega stark sind. 24, aber die haben nur Giftwiderstand. Die sind scheiße. Okay, der hat Verteilungsqualität und die nehm ich auch, die war entschieden. Der Helm hat Gesundheitsregeneration, hat vier mehr Rüstung, den nehm ich auch, weil der, ähm, weil meiner bringt nur ein bisschen Stärke plus. Die Rüstung ist einfach immer noch besser als die, die ich jetzt anhabe, bringt fünf Rüstung plus. Und der Chintin, ich glaube, den Chintin benutze ich aber nicht. Das ist ja alles, äh, achso, ja, den. Ich weiß nicht, ob ich den benutzen soll, bin ich modisch. Äh, hast du, hast du einen goldenen? Ja. Ja, also wenn, was hat der noch? Hat der zehn Giftwiderstand? Fünf Rüstung plus. Achso. Das ist geil, also den möchte ich sogar benutzen. Ja, aber dann passt er nicht mehr zu meiner restlichen Kleidung. Ja, dann zieh halt komplett Chintin, arachnoide an. Aber das sieht nicht geil aus. Zieh einfach komplett Chintin an. Ja, genau. Verdammt, das ist auch geil ein Schwert für mich. Warte mal, ich muss mal kurz sortieren. Ähm, dann möchte ich, nein, den Chintin wollte ich gar nicht mitnehmen. Entschuldigung. Ja, kann, kann ich den haben. Wie gut ist der? Der ist noch besser, Alter. Vier Rüstung und 67 Leben. Ja, also wenn, du keinen. Verstärkter Schild, Schild brauche ich. Also meine, jetzige Rüstung, das ist ja die gleiche, die du auch hast. Die hat plus sieben Stärke und minus acht, ähm, ähm, verringende Anforderungen. Also, den könnt ich dir dann geben, wenn du willst. Okay, die Chintin-Armschienen sind nicht so gut wie mein momentanes. Ja, dann lauf ich komplett Chintin. Gibt's doch Chintin-Beinschienen nicht, oder? Doch, glaub ich schon. Sicher, weil... Was erzähl jetzt noch? Das Schwert ist geil. Das Chintin-Schwert? Ne, das verdorben ist Gladius. Das hat auch noch Gift-Schaden. Ähm, erzähl jetzt nochmal, was die Rüstung hat. Ähm, äh, minus acht Prozent Verringerung der Anforderungen und plus sieben Stärke. Ja, gerne. Willst du auch noch die Armpanzer? Was haben die Armpanzer? Ich hab nämlich 15 Verteidigungsquals hielt. Ja, klar, der liegt einfach... Oh, da hinten liegt ein Regen. Ne, hä? Wie kommt denn der jetzt hier hin? Äh, komm mal her. Die Armschienen haben elf Prozent Blitzwiderstand und fünf Prozent Geschicklichkeit. Äh, fünf plus Geschicklichkeit. Ne, ich glaub, ich behalte meine erstmal. Okay. Hol die an Verteidigungsqualität. Gut, der Schild ist... Ähm, ich hab grad ein paar Gecker angelockt. ...gar nice. Welcher Schild? Ähm, den ich jetzt ausgerüstet. Habt ihr mal Feuer? Widerstand, glaub ich, ich hab's nicht ganz gelesen. Ich sollte schnell den Traum skillen, weil damit mach ich halt den Überangriff. Äh, ich geh mal kurz verkaufen. Ja, mach mal, ich komm mit, warte. Ah, wir sind nicht in einer Gruppe, deshalb sind die Quests wieder gescheitert. Ach so, das kann was... Das ist nicht Sinn. Hast du jetzt die Quests bekommen? Ne. Aber ich kann gleich nochmal nachgucken. Vielleicht, äh, scheiß drauf dann halt, ne? Wir müssen uns das nächste Mal merken, ey. Oh. Oh. Okay, ich geh grad durch dein Portal, geh jetzt bitte nicht zurück. Bin zurückgegangen. Fick dich. Na, bin ich nicht. Ich weiß nicht. Äh, das ist geil, aber die ist nur lang... Aber die ist... Mein, mein, geil, mein verdammtes Glas ist sogar sehr schnell, anstatt nur schnell. Auf jeden Fall Bombe. Ich krieg übrigens Ohrenschmerzen. Wovon? So, die Rüstung kann weg von dem Headset. Sorry. Das kann weg. Hm, der ist auch ziemlich gut, aber nur minus 8% Aufladezeit. Äh, Blitzwiderstand und Geschicklichkeit. Wolltest du die? Mh, mh. Naja, hab ich fast... Also, ich hab die mit Verteilungsqualität, die gefällt mir mehr. Gut, 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 gut. Ähm... Ja, ich hab bisher nur einmal Perlen gefunden. Perlen? Ja. Achso, Perlen, ich hab auch einmal Perlen gefunden. Die Armschienen hab ich ja... Die Beinschienen hab ich ja getauscht, so. Der Schild ist schlechter. Ich hab grad fast ein paar Tage gesetzt, weil ich, ähm, Questlog gucken wollte, aber ich bin jetzt aufs Gitz gegangen, weil das... Ich muss noch fünf zusätzliche Gaunerei-Punkte machen, damit ich das Giftfass hab, also die Giftflasche. Nice. Bist du schon da? Ja. Mh, nein, noch nicht. Aber du bist schon durchgegangen? Ja. Dein Hundi hat sich da grad noch so ein bisschen dran... Also, ähm, Porta rumgebackt. Das hat wahrscheinlich auch den Fehler gemacht, äh, ähm, im Dings-IP, ne? Ja. Ähm, da ist die Rüstung, würde ich noch... Denk ich auch. Warte. Äh, die Rüstung nehm ich gerne. Der Helm ist natürlich auch megageil. Feuerwiderstand. Ich hab jetzt noch einen Chintin, der hat plus sieben Stärke und sieben Giftwiderstand. Dann soll ich den anstatt plus vier Rüstung oder plus 67? Ich hab hier einen mit plus fünf Rüstung und plus drei Intelligenz. Den brauch ich nicht. Ich hab null Punkte Intelligenz gepackt bisher. Ich auch nicht. Weil ich brauch Intelligenz ja gar nicht. 60 Intelligenz-Standard? 50, glaub ich. Aber das kann doch sein, dass du irgendwas anders... Ja, ich glaub, ich krieg 10 plus Stärke... Äh, 10 plus Intelligenz durch meine Fähigkeit. Ähm, mag ich Feuerwiderstand? Sind wir jetzt fertig mit der Dings? Nee, irgendwo müssen noch... Irgendwo müssen noch oben. Ja, willst du vorher nochmal mit der Nymphe reden, weil... Wegen der Quest? Nee, können wir dann nachmachen. Wir müssen dann nach mit der Nymphe nochmal reden. Ja, aber vielleicht musst du die Quest jetzt noch annehmen oder so. Sehr gut. Scheiß auf die paar Punkte. Das ist 1500. Die soll ich eigentlich kriegen, wenn ich neben dir stehe. Sonst bist du halt noch weiter als ich. Arcane Formel, Arcane Formel, meine! Ja, ich hab's. Ja. Die gönnt du dir. Die gönne ich dir auch. Dafür brauch ich, ähm... Essenz des Golden Fleeces, reines Gefieder und Schrifter der Kahnmacht. Reines Gefieder hast du ja, ne? Ne, hab ich ja. Ja, aber halt nicht komplett, oder? Ich bin grad fast gestorben. Ich hatte noch 13 HP, Alter. Ich verliere. Ich glaube, ich sollte auch irgendwas... Gift-Sack, davon hab ich aber schon einen. Das heißt, das ist meiner Shotgun. Ja, lass mir kein Gold über. War jetzt grad so wie du. 20 Rüstung und 8 Durchschlagswiderstand gegen 15 Rüstung und 5 Geschicklichkeit. Ich würde das mit 20 nehmen. Mir steht keine richtige Truhe, nein. Wo? Nirgends. Ja, nimm halt alles mit. Gib mir gar nichts ab. Wichser. Da liegt noch was. Was? Ein Stürmkopf. Achso, danke. Scheiß. Brauchst du was? Hm, ich weiß nicht. Das war... Armschienen... Nein, Beinschienen, die scheiße sind. Zwei Beile. Ja, kannst du mir das gerne verkaufen kann. Du hast übrigens nur einen Hund. Ich weiß. Ähm... Ich hab schon wieder ein Portal gemacht. Bonus für Begleiter. Zehn Schaden und... Plus 5% Schaden. Das ist nice. Ja, diese Aufgabe kann nicht in diesem Erspieler-Spiel gemacht werden. Ah. Jetzt hast du sie für mich kaputt gemacht. Geht's über mir jetzt noch? Nein, geht nicht. Gut gemacht. Okay, wir haben gerade eine Quest zum Schaltern gebracht. Schade. So, das geht in Sacred zum Beispiel nicht. Ja, das war in Sacred echt geiler, dass man automatisch... Naja, man wurde ja nicht automatisch gruppiert, oder? Ja, wenn man Koop gemacht hat, schon. Weil da gab's ja verschiedene Spielmodi. Es gibt ja einmal PvP. Ja, stimmt. Kampagne gab's ja einmal und so weiter. Ich guck mal nach, ob ich jetzt noch mit ihr reden kann. Aber zum Glück war es keine Hauptquests, Alter. Wir müssen uns das dringend angewöhnen, immer gleich mal Gruppen zu bilden. Also ich kann nicht mit dir reden. Ich find's theoretisch gut, weil dadurch auf großen Servern halt das, ähm, der Level-Klau sozusagen. Ich kann nicht angreifen. Wieso? Jetzt kann ich wieder angreifen. Ähm, weil ich Alt gedrückt hatte. Also weil Alt bei mir eingerastet war, sozusagen. Man kann doch mit Alt angreifen. Nein, man kann nicht mit Alt angreifen. Wenn du Alt drückst, kannst du keinen Gegner mehr anvisieren. Achso, ja, ich mach das immer so. Ich mach immer noch... Also ich halte meine Maustaste gedrückt und dann im Kampf mach ich das. Ja, dann geht das aber nicht, wenn du gedrückt hast. Oh, noch eine königliche Truhe. Na, hier. Warte, komm mal her, ich hab keinen Platz mehr. Wo bist du denn? In meinem Fatal auf. Hab bis jetzt das goldene Vlieses gefunden. Eine komplette? Nein. Man findet immer nur eine. Ich hab aber keinen Platz mehr. Wie viel hatten die? Warte. Was meinst du, wie viel hatten die? Ja, wir, also drei sind das, oder? Also, wie viel... Wir haben drei. Bringt minus fünf Prozent Energiekosten, also nicht so gut. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja, aber für mich wär die, glaub ich, ganz gut. Also für die Arkan-Formel, die ich hab. Ja, klar, kriegst du. Hier ist ein Giftsack. Hier ist die Essenz. Du hast keinen Platz mehr. Und dann schmeiß ich noch... Willst du noch einen Ring haben? Was für einen? Äh, neun Prozent Blitzwiderstand. Ein Ring? Nee. Du kriegst einen Energietrank von mir, so. Danke sehr nett. Wisst, ich dachte, jetzt könnte ich das Schild noch aufheben. Oder was auch immer das eben rumlag. Ich geh nach Sparta und verkauf. Okay, mach das. Ich geh, sobald ich... Ich geh einfach in TGA verkaufen. Ja, ich hab keine Lust dazu. Ich hab sowieso ein Portal in TGA und da port mir einfach da hin. Ach, du hast ein Portal in TGA. Ja, da. Ich bin, also, hab ich doch zu dir gekommen. Ja, okay. Ich kann auch nicht mit da reden. Scheiße. Okay, wir haben eine Quest verkackt. Schade eigentlich. Man kann hier aber auch nicht mal eben einen alten Safe laden, weil... Es hilft ja automatisch. Schade. Willst du ein Schild mit, äh, 78 Leben und 36 Schaden ablocken? 78 Leben und 36... Äh, wie viele Stats? Also, wie viele Standard? Was? Ja, Angriff, Verteidigung und so weiter. Äh, 8% Wahrscheinlichkeit, 36 Schaden abblocken, 16 Schaden. Schau. Hab einen mit 9% Wahrscheinlichkeit, 47%... äh, 47 Schaden abzublocken, 19 Schaden. Ich muss sowieso nochmal nach, äh, Helos, weil ich ja die Erkarenformel und so alles noch mit hab. Ich glaub, hier gibt's ein... äh, ein Dingens. Ja, sicher? Sicher nicht, aber ich kann... können wir gucken. Äh, ist ja nicht so ein weiter Weg. Ich geh einfach mal schon so. Die will ich auch nicht mehr. Du wolltest jetzt keine Rüstung mehr, ne? Hm, ne, ich bin zufrieden. Okay. Die Ringe sind... ja. Für meine Begleiter mehr Schaden brauche ich eigentlich auch nicht. So, 20 Schaden und der macht 23. Das heißt, ich kann den verkaufen. Ich hab, äh, äh, grünen, äh, Schilde in meinem Event, in meinem, äh, Karren da und, äh, den brauche ich ja gar nicht mehr, weil der scheiße ist. Äh, ältester Knecht, Hargon, Geschichtenerzähler, Olurus, junger Telger. Also es gibt hier keinen Karren, okay. Ja, möchte ich. Ich hab mein Portal grad abgeschaltet, ne? Ja, ich muss sowieso durch meins. Moment, das Schwert kann ich da auch reinpacken. Du kannst durch meins gehen, dann bist du wieder in Tigea. Ich kann's durch meins gehen. Dann bist du in Sparta. Nein, ich bin in Tigea. Wo hast du dein Portal gewinnt? In Tigea. Achso, ich hab meins direkt in Tigea auch. Ach ja, stimmt, ich bin eben in deinem Portal vorbeigelautscht. Ja, ich bin ja mit, äh, meinem Portal in deinem Portal gegangen. Und dann von deinem Portal bin ich dann nach, äh, Sparta und von Sparta nach Helos und dann, ja. Hauptsache, ich kann Eiswind immer noch nicht benutzen. Was ist Eiswind, dein Bogen? Ja, der blaue. Ja, ich kann, äh, Hinspalter auch nicht benutzen. Aber der ist immer noch gut, ey. 40 Schaden. Ja, wo gehen wir hin? Warte mal kurz, Spielerstufe 10, hab ich bald. Und dann brauch ich noch Geschicklichkeit, okay. Ja, und auf der Card sieht man auch in der letzten, also was, die letzten Fashions, die werden halt, ausgegraut angezeigt, also, was man halt gesehen hat, also wo man war. Und, äh, die Neuen werden halt so farbig dann gemacht, also. Und halt, wo man nicht weiß, halt schwarz, wie in jedem Spiel. Genau. Ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich hab jetzt grad hier mal, ähm, zwei Punkte auf, also einen Punkt im Traum halt investiert. Wir sind durch. Wie, wir sind durch? 20 Minuten. Alter, jetzt schon? Ja. Boah, das geht viel zu schnell, Mann. Gut, dann, ja, ne? Ich hab nur noch weiter zu spielen. Ja, ich auch, also. So, würd ich sagen, bis zum nächsten Part 3, Leute. Ciao. Tschüss.